Hallo, ich bin Ralf Pautlitz vom Autohaus Burmeister und möchte euch heute einen Gebrauchtwagen vorstellen. Wir haben hier einen Seat Mi in der Ausstattung Style. Dieses Auto ist ausgestattet mit einem 1 Liter Motor, 44 kW, 60 PS und Schaltgetriebe. Das Auto ist aus Februar 2014, also schon ein klein wenig älterer Gebrauchter. Hat aber ehrliche 45.185 km gelaufen. Wenn man das so spaßig sagen möchte, das Auto ist aus guter Haltung. Das werdet ihr nachher auch sehen. Wie gesagt, Mi Style mit Tagfahrlicht in Schwarz. Wenn wir uns das Auto von der Seite angucken, sehen wir, der steht auf Stahlfelgen mit Razzia-Blenden. Dieses Auto ist achtfach bereift. Wir haben Zentralverriegelung, wir haben Wärmeschutzverglasung und was interessant ist, auch wenn es ein kleines Auto ist, ein Stadtflitzer oder als Zweit- und Drittwagen. Wir haben einen Fünftürer. Die hinteren Fenster sind als Ausstellfenster ausgelegt. Und wenn wir uns dann das Heck anschauen, wie gesagt, man könnte jetzt sagen, quadratisch praktisch gut. Aber diese kleinen Mikrofahrzeuge sind, wie gesagt, hochinteressant für den, der ein zusätzliches Fahrzeug benötigt für kurze Wege. Wir haben einen Laderaum, womit wir die wichtigsten Dinge erledigen können. Wir haben aber unter anderem auch die Möglichkeit, die Rücksitzbank geteilt umzulegen und bei Bedarf wirklich dort unter anderem auch mal Omas Vitrine mitzunehmen. Ja, die Details zu diesem Auto könnt ihr nachlesen in der Videobeschreibung. Ihr könnt das auch gerne auf unserer Homepage nachschauen. Folgt uns gerne auf YouTube. Dort findet ihr weitere Angebote unseres Hauses, wenn euch was gefallen hat. Schickt uns einfach mal ein Like. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Und jetzt setzen wir uns mal rein und gucken mal, was der kleine Erdnuckel noch so alles für schöne Sachen betrinkt. Ja, wir sitzen jetzt hier im Seat Mi. Das Fahrzeug hat elektrische Fensterheber. Wir haben die Möglichkeit, die Lenksäule anzupassen. Wir haben einen höhenverstellbaren Fahrersitz. Klima als normale Klimaanlage ausgelegt. Wir verfügen hier über ein Radio mit CD-Player und AUX-Anschluss. Und was interessant ist bei diesem Auto, wir haben dort ein transportables Navigationssystem. Und zwar in der Art und Weise, wir können darüber die Medien steuern. Wir können darüber unsere Freisprecheinrichtung nutzen. Das Fahrzeug verfügt in dem Fall dann über ein Navigationssystem. Oder halt eben Varianten des Bordcomputers, wo wir uns diverse Sachen, also unsere Fahrdaten oder halt eben ein Drehzahlenmesser und so weiter mit einspiegeln können. Das Fahrzeug verfügt über ein Fünfgang-Schaltgetriebe. Sitze sind als Komfortsitze ausgelegt mit einer extrem hohen Lehne, wo unter anderem dann auch gleich die Kopfstütze mit integriert ist. Also, ich sag mal, das ist wirklich für Fahranfänger. Das ist für die Familie als zweites und drittes Auto. Und bei Bedarf kann man damit auch mal ein bisschen über die Autobahn bügeln, wenn es nicht anders geht. Kein Problem. Das macht das Auto klaglos mit. Und ich glaube, euch wirklich bestimmt sagen zu können, der liegt dann trotzdem wie ein Brett auf der Straße. Also, auch wenn es ein kleines, kurzes Auto ist, das ist wirklich praktikabel. Und ich sag mal, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, sparsamer kannst du heutzutage und kostengünstiger nicht Auto fahren. Und wer Interesse hat an diesem kleinen Fünftürer, ist herzlich eingeladen, dieses Auto bei uns bei einer Probefahrt persönlich zu erleben. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wir sind gerne vor euch da. Ruft uns einfach an. Vielen Dank. Ja, für den Moment bleibt mir nur, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Es hat mich gefreut, dass ihr uns auf YouTube besucht habt und euch das Video angeschaut habt. Ihr seht hier auf der Seite meine Kontaktdaten. Wenn ihr weitere Informationen wünscht, euch das Auto gefallen hat, Dinge, die man jetzt sicherlich in so einem Video in der Kürze der Zeit nicht darstellen kann, würde es mich freuen, wenn ihr mich anruft. Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten und euch weitere Dinge zu erklären, weil unser Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, uns weiter zu folgen. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, dass ihr dementsprechend weitere Videos von uns sehen könnt und bekommt. Ja, ansonsten für den Moment, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute. Ja, ansonsten für den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, wenn ihr es möchtet, wenn ihr es möchtet,